Schönen guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der österreichischen Nationalbank. Ich darf auch heute wieder die Zusehe begrüßen, die uns also via Livestream im Internet in dieser Pressekonferenz begleiten. Wir dürfen Ihnen heute unsere jüngste Wirtschaftsprognose vorstellen. Wir, das ist Frau Dr. Rizberger-Grünwald, die Leiterin, Direktorin unserer Hauptabteilung Volkswirtschaft und an meiner rechten Seite Herr Gouverneur Prof. Dr. Nowotny. Wir beginnen wie immer mit den Präsentationen und im Anschluss stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung. Herr Gouverneur, bitte. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich darf beginnen mit dem Bereich des Euro-Raums. Wir hatten ja gestern die jüngste Prognose der EZB, wobei man immer beim Vergleich sehen muss, das ist jetzt die Revision zum März. Wir hatten ja vorher eine Revision zum Dezember vorigen Jahres und das war der große Einbruch. Also sozusagen da haben wir eine massive Runterrevision machen müssen. Jetzt, wie Sie sehen, sind die Werte bis zwischen März und Juni Prognose annähernd gleich geblieben. Das gilt sowohl für das Wachstum von 1,2% für 2019 und 1,4% für 2020. Ist natürlich ein geringeres, ein vergleichsweise geringes Wachstum, beruhend darauf, dass es eben hier eine Reihe von Unsicherheiten gibt. Ich werde auf das im Detail dann noch später kommen. Umgekehrt, es ist aber auch keine Rezession. Wir sehen keine Rezessionsgefahr, aber eben eine Wachstumsabschwächung. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inflationsrate weiterhin vergleichsweise gering ist. Das gilt sowohl für Gesamtinflation wie für die Kerninflation. Auch das ist ein Thema, auf das ich vielleicht dann noch kurz eingehen werde. Was auch interessant ist und das nur zur Erinnerung ist, die unterschiedlichen Wachstumsentwicklungen je nach Ländern. Und Sie sehen hier, dass Deutschland, und das ist immerhin die größte Ökonomie Europas, eben für 2019 ein vergleichsweise geringes Wachstum von nur 0,5% aufweist. Es gibt jetzt auch Schätzungen, die auf 0,6% gehen, aber das ist trotzdem ein sehr niedriger Wert. Und eine der entscheidenden Fragen ist die, ist das jetzt sozusagen doch im Wesentlichen durch Sonderfaktoren bedingt oder ist das ein Indikator, dass das Wachstumsmodell Deutschlands längerfristig unter Beobachtung zu sehen ist und an seine Grenzen stößt. In der Prognose der EZB, und Sie sehen auch, das ist auch die Prognose unten der Kommission, wird für 2020 wieder ein höheres Wachstum erwartet. Das heißt, man geht davon aus, dass es wieder sozusagen Deutschland stärkere Dynamik bekommt. Aber das muss man ganz offen sagen, das ist einer der Unsicherheitspunkte in dieser Prognose. Was ich auch noch hinweisen will, ist die Zahlen für Italien. Sie sehen, das sind Zahlen, die natürlich sehr beunruhigend sind für 2019, 0,1%. Es gibt inzwischen Prognosen von 0,3%, aber in Wirklichkeit habe ich in Italien eben schon Stagnation, und zwar schon über viele Jahre. Österreich, auf das ich kommen werde, noch im internationalen Vergleich, ist wieder für den gesamten Prognosezeitraum deutlich über den Wachstumsraten der Eurozone, über den Wachstumsraten der EU und noch deutlicher über den Wachstumsraten Deutschlands. Also wir sind im Augenblick in einer vergleichsweise guten Situation. Was ich Sie auch hinweisen möchte, sind die Arbeitslosenquoten, die Sie sehen. Und es gibt eben nach wie vor eine Reihe von Staaten, Italien, Spanien, Griechenland, mit Wachstumsraten deutlich über 10%. Das heißt aber auch Jugendarbeitslosigkeitsraten von über 20%. Und es ist klar, dass das natürlich zu politischen Problemen führen kann und auch hier schon geführt hat. Was das Umfeld betrifft, und das ist das, was auch für Österreich interessant ist, möchte ich Sie auf zwei Bereiche hinweisen, die hier speziell interessant sind. Das sind die Annahmen, die ja auch von der EZB hier getroffen wurden. Zunächst einmal die Frage des langfristigen Zinssatzes. Sie haben hier eine Prognose oder eine Annahme des langfristigen Zinssatzes für 2019 von 0,3, der dann langsam hinaufgeht. Tatsächlich, tatsächlich haben wir jetzt in Österreich, das sind die letzten Zahlen, einen langfristigen Zinssatz bei dem 10-Jahres-Bond von 0,08. Deutschland hat sogar einen negativen Zinssatz. Das heißt, Investoren sind bereit, deutsche Anleihen zu kaufen und zahlen dafür einen Zinssatz von 0,23%. Was den Bereich der fünfjährigen Anleihen betrifft, haben mit Ausnahme von Italien und Griechenland sämtliche Euro-Staaten inzwischen negative Zinssätze. Das heißt, und wir haben das auch gestern in Wilnius länger diskutiert, wir sehen hier zwei Phänomene. Zum einen in der Unsicherheit ein Flight of Quality, also man sucht sozusagen die sicheren Hafen oder Häfen. Das ist Deutschland, das ist auch Österreich. Der Zinssatz für Österreich ist der letzte 10 Jahre 0,08, also für eine 10-jährige Anleihe 0,08 Rendite. Aber das Phänomen ist, dass es eben ein durchgehender Zinssenkung ist. Und das heißt, dass es auf den Märkten eine Erwartung gibt, langfristig niedrige Inflationsraten und daher eben auch langfristig niedrige Zinssätze. Und das ist schon eine sehr grundlegende Entwicklung, die wir haben und die für die Geldpolitik eine ganz besondere Herausforderung ist, sodass wir diese Zinsentwicklung natürlich sehr genau beobachten. Das Zweite, was ich Ihnen, worauf ich Sie hinweisen will, ist, wenn Sie die unterste Zeile hier betrachten, Welthandel, wo wir wirklich einen dramatischen Rückgang in der Wachstumsrate haben, zwischen 2018 und 2019 von 4,1 Prozent auf 1,4 Prozent. Das heißt, und was sich darin ausdrückt, das sind die Entwicklungen der internationalen Handelsbeziehungen, wo wir, ich war kürzlich bei einer Sitzung bei der BITS, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, wo sehr deutlich gesagt wird, es ist nicht mehr die Gefahr eines Handelskrieges, wir sind bereits im Handelskrieg und es ist nur die Gefahr und die Angst, wie diese Dinge weiter eskalieren. Und das hat natürlich erhebliche wirtschaftliche Effekte für ein Land mit großer Außenhandelsverflechtung wie Deutschland größere als für Österreich, weil wir in Österreich vor allem den Vorteil auch haben, dass unsere Auslandsverflechtung stärker mit Zentral- und Südosteuropa ist. Und wenn Sie sich hier anschauen, die Wachstumsprognosen für die einzelnen Regionen der Welt, so haben wir für Zentral- und Südosteuropa, also EU6, zwar auch eine Verringerung im Jahr 2019, aber immerhin noch ein deutlich höheres Wachstum als zum Beispiel das Weltwachstum insgesamt. Das heißt, wir haben den Vorteil, Zentral- und Südosteuropa ist nach wie vor die Wachstumsregion in Europa, hat weltweit vergleichbare Wachstumsraten und damit ist natürlich für Österreich ein Vorteil aus der geografischen Nähe hier gegeben. Wir haben gestern bekanntlicherweise eine Reihe von Entscheidungen getroffen im EZB-Rat, die ich nur ganz kurz jetzt hier referieren kann. Wie Sie wissen, wir haben das Ankaufsprogramm ja beendet mit Ende des vorigen Jahres, aber die Ersatzkäufe werden weitergetätigt. Die Zinssätze sind nicht verändert worden. Wir haben dafür die sogenannte Forward Guidance, also die Ankündigung, dass die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau bleiben, bis mindestens erste Hälfte 2020 hinaus verlegt. Und das, was wir speziell neu auch haben, ist, dass wir das Instrument der langfristigen Refinanzierungsgeschäfte, die TLTROs verlängert haben, indem wir an TLTRO 2 und TLTRO 3 hier anschließen. Ich will das jetzt im Detail gar nicht vielleicht schildern, aber im Kern geht es darum, dass Banken auf diese Weise Kredite zu sehr günstigen Konditionen bekommen. De facto, wenn Sie bestimmte Bedingungen erfüllen über die Kreditvergabe, so bekommen Sie eine Subvention. Und in der Vergangenheit mit TLTRO 2 haben der weites überwiegende Teil der Banken alle diese Bedingungen erfüllt. Das heißt, es ist in Wirklichkeit, und Sie sehen, die Differenz eben zwischen dem Zinssatz, den Sie zahlen müssen, das ist also zehn Basispunkte derzeit, und dem Zinssatz, den Sie sozusagen, und wenn Sie bestimmte Bedingungen erfüllen, bekommen Sie sozusagen quasi einen Bonus in der Höhe, wie Sie hier sagen, Minimalzinseinlagefazialität plus zehn Basispunkte. Das heißt, da die Einlagefazialität minus 40 ist, bekommen Sie in der Höhe von minus 30 hier quasi eine Bonuszahlung, also wenn man will, eine Subventionierung der Kreditvergabe. Das Ganze ist wesentlich auch begründet, dass man vermeiden wollte, restriktive Effekte durch das Auslaufen des vorhergehenden Programmes. Das sind immerhin beim vorhergehenden Programm ungefähr 750 Milliarden, um die es hier gegangen ist. Daher haben wir, und da sehen Sie auch hier, sozusagen Tier 3 als sozusagen quasi Anschlussgeschäft an diese Bereiche. Man rechnet etwa mit einer Kredit-Inanspruchnahme von Seiten der Banken zwischen 320 und 520 Milliarden. Ich glaube, das ist auch richtig gewesen, dieses Programm weiterzumachen, um eben sozusagen einen abrupten Liquiditätsausfall zu verhindern. Aber ich möchte schon noch deutlich sagen, aus meiner Sicht ist das kein oder sollte das kein permanentes Instrument der EZB sein. Ich glaube, Kreditsubventionierungen oder Bankensubventionierungen sollten nicht ein permanentes Element im Baukasten der EZB sein. Und daher ist es auch wichtig, dass DLTR 3 etwas weniger großzügig ist als das Vorgängermodell, um sozusagen hier keinen Gewöhnungseffekt hier aufkommen zu lassen. Das ist jetzt einmal sozusagen die internationale Seite. Für die österreichische Konjunktur sehen Sie nach all den doch eher schwierigen Voraussetzungen, die wir haben, dass sich die österreichische Wirtschaft an sich wacker schlägt in einem schwierigen Umfeld. Wir sehen für 2019 eine Wachstumsrate von 1,5 Prozent, für 2020 von 1,6 Prozent. Das sind natürlich niedrigere Wachstumsraten als im Vorjahr. Aber man muss auch bedenken, dass wenn ich das über zehn Jahre sehe, also über einen etwas längeren Effekt, auch den Zinseszinseffekt hineingehe, ist das noch immer ein gewaltiges reales Wachstum. Also über zehn Jahre ist es etwa 16 Prozent Wachstum der realen Wirtschaft. Also 16 Prozent reale Einkommen mehr, 16 Prozent Realkonsum mehr und so weiter. Also man muss schon sehen, auch vergleichsweise niedrige Wachstumsraten haben eine gewaltige Dynamik. Gerade auch unter den Diskussionen, die wir jetzt haben über Wirtschaftsstrukturen, sollte man das nicht außer Acht lassen. Es wird die Kollegin Ritzberger auf diese Bereiche im Detail ja noch eingehen. Ich möchte vielleicht nur noch einen Bereich hier speziell hervorheben und anschließen an eine Diskussion und Gespräche, die ja gestern unsere Freunde vom Fiskalrat auch hier in der Nutzenbank hatten. Nämlich zur Frage Budget, Saldo und Schuldenstand. Sie sehen, dass nach unserer Prognose die Budgetüberschüsse in den folgenden Jahren zunehmen. Jetzt muss man dazu sagen, diese Prognose, die wir haben, ist erstellt nach den Regeln der Europäischen Zentralbank. Das heißt, wir dürfen nur staatliche Maßnahmen berücksichtigen, soweit hier schon gesetzliche Regelungen getroffen sind. Das heißt, etwa die größten Teile der geplanten Steuerreform sind in dieser Prognose nicht drinnen. Und Sie sehen daher unten die rote Linie. Das ist die Prognose des Finanzministeriums mit Einbeziehen der geplanten Steuerreform. Es ist aber auf jeden Fall festzuhalten, dass auch mitgeplante Steuerreform hier doch durchaus finanzieller Spielraum besteht. Und jetzt ist das natürlich eine Frage der Politik, wie weit man diesen Spielraum nutzt. Meine persönliche Meinung ist, dass in einer Zeit, wo ich doch eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit habe, vieles dafür spreche, auch jetzt noch in diesem kommenden halben Jahr, das heißt, dass auch ohne eine neue politisch gewählte Regierung, doch zu versuchen, bestimmte Elemente der geplanten Steuerreform tatsächlich umzusetzen, für die es ja auch schon, also sagen, zum Teil auch schon Begutachtungsverfahren gibt, also etwa die Frage der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Niedrigverdiener oder die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 Prozent auf 20 Prozent, sind Maßnahmen, die man meines Erachtens schon lefrasch setzen könnte und die auch das richtige Signal wären in dieser konjunkturellen Situation, weil es ja alle diese Effekte sonst mit Verzögerungswirkungen gehen. Das wirkt sich auf jeden Fall, die vergleichsweise günstige Entwicklung wirkt sich auch aus auf die Schuldenquote. Wir haben ja, wie gesagt, in Österreich und zwar schon in den letzten Jahren, eine günstige budgetpolitische Entwicklung. Das ist auch, glaube ich, durchaus anzuerkennen. Wir haben daher einen deutlichen Rückgang der Schuldenquote, wenn wir die Situation haben, wie Sie errechnen können, dass weiterhin die nominale Wachstumsrate wesentlich höher liegt als der Zinssatz. Also für dieses Jahr ist die nominelle Wachstumsrate 3,2 Prozent. Die Verzinsung der Staatsschuld insgesamt ist vielleicht etwa 2 Prozent, der neuen Staatsschuld sogar negativ in weiten Bereichen. Heißt das, dass sich quasi automatisch die Schuldenlast verringert und das ist auch eine positive Entwicklung, die man auch nutzen sollte. Aber wie gesagt, wo ich aus meiner Sicht im Rahmen dieser Entwicklung durchaus die Möglichkeit sehe, gewisse Elemente in einer expansiven Budgetpolitik hier zu nutzen, was ja auch den Empfehlungen der EU-Kommission entspreche. Das als erster Überblick und darf ich weitergeben. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf Sie nun in die Details der Österreich-Prognose entführen und möchte, Herr Gouverneur hat mit einem Überblick geendet, Ich möchte mit einem Überblick beginnen, und zwar unsere Konjunkturampel, die auf den allerersten Blick einen Eindruck verschafft, wie es der österreichischen Volkswirtschaft geht. Und da sehen Sie, dass sich auf der rechten Seite, also am aktuellen Rand, einige rote und hellrosa Kasterl zeigen, was bei uns bedeutet, hier die ersten Negativmeldungen, die uns jetzt insbesondere aus dem internationalen Umfeld erreicht haben, die natürlich naturgemäß als allererstes die Exporte betreffen und die Industrie gleich mitnehmen. Ausgesprochen gut geht es dem Dienstleistungssektor, ausgesprochen gut geht es dem Arbeitsmarkt, lauter grüne Felder, bestenfalls hellgelb, und die Gesamteinschätzung ist bei gelb. Das bedeutet, nach zwei Hochkonjunkturjahren, Mitte 2016 bis Mitte 2018, sehen wir hier eine erste leichte Eintrübung. Beginnen wir beim Exportwachstum, wo ja auch die Konjunkturampel uns die ersten roten Felder gebracht hat, über die Indikatoren, und ich möchte Sie mitnehmen auf die Reise zuerst einmal nach unseren Exportmärkten, das ist die lila Säule 2019, 2,5. Also gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 2018, bedeutet das doch eine deutliche Verringerung, das heißt die Exportmärkte, Herr Gouverneur hat schon gesagt, das internationale Umfeld hat sich in seinem Wachstum deutlich reduziert, ist eben heuer oder wird heuer nur um 2,5 Prozent wachsen. Österreichs Exporte werden nur um 2 Prozent wachsen, laut unserer Prognose. Das bedeutet, naturgemäß, wir haben einen geringen Verlust an Marktanteilen in Kauf zu nehmen. Er ist allerdings gering, wie man sieht, also die Differenz zwischen diesen zwei Balken ist durchaus als klein zu betrachten. Wenn man jetzt ausgehend von diesen 2,5 sich anschaut, wo ist denn dieser Einbruch bei den Exportmärkten passiert, dann kann ich Ihnen diese Grafik mitgeben, die das sehr, sehr schön darstellt. Sie erinnern sich, von vorher die 2,5, das ist jetzt die rechte blaue Säule, Juni 2019, der aktuelle Prognosewert für die Exportmärkte. Und links bei 4,2, das war unsere Prognose im Dezember für eben diese internationalen Exportmärkte. Und diese roten Felder zeigen Ihnen jetzt genau aufgelistet nach Regionen, wo dieser Einbruch, was Österreich betrifft, herkommt. Und da gibt es zwei Bereiche, die hervorstechen. Das ist auf der einen Seite Deutschland, einfach unser größter Exportmarkt, der, wie der Gouverneur schon gezeigt hat, derzeit unter einer Wachstumsschwäche leidet. Und der zweite Einbruch ist Asien, also allen voran China, aber auch andere Länder im asiatischen Raum wie Indien. Hier ist ein Einbruch zu verzeichnen, der eben durchschlägt auf Österreichs Exporte. Auf der rechten Seite der graue Strich bedeutet heute, das heißt links davon ist das erste Quartal abgetragen und rechts davon die drei weiteren Quartale des heurigen Jahres. Und da sieht man auf den ersten Blick auch in der Größenordnung Deutschland, wo eben diese lila Säule sehr, sehr klein geworden ist im Vergleich zu den Vorquartalen. Sie sehen, beim zweiten Quartal ist hier der Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten, was Deutschland betrifft, ja schon fast bei Null angelangt. Es wird sich wieder verbessern, gemäß unserer Prognose, wo wir ja doch sehen, dass es im zweiten Halbjahr und auch nächstes Jahr mit Deutschland aufwärts geht. Aber im Moment ist das Problem wirklich, konzentriert sich, was Österreich betrifft, auf Deutschland. Und es konzentriert sich auf die Industrie, die schon unsere Konjunkturampel gezeigt hat. Und bei dieser Übersicht sieht man sehr schön, dass die Vertrauensindikatoren in der Industrie in den letzten Monaten also alle nach unten weggebrochen sind. Die positive Nachricht in dem Zusammenhang ist, wir sehen eine gewisse Bodenbildung im Mai. Also mehr als die Hälfte der Indikatoren scheinen sich im Mai erfangen zu haben, teilweise deutlich erfangen zu haben und gehen wieder in die Gegenrichtung. Was uns zuversichtlich macht, was das zweite Halbjahr betrifft, also wir haben durchaus gut begründet, ist die Annahme, dass im zweiten Halbjahr es der österreichischen Wirtschaft wieder etwas besser gehen wird. In dem Zusammenhang komme ich gleich zum Investitionszyklus, der uns hier zeigt, dass es nicht nur externe Faktoren sind, die uns hier beeinträchtigen, sondern schon auch, dass der eine oder andere heimische Faktor dabei ist, nämlich zum Beispiel der Investitionszyklus. Wir haben einen sehr, sehr langen Investitionszyklus genossen, muss man wirklich sagen. Seit sieben Jahren sind die Bruttoanlageinvestitionen ausgesprochen gut gewachsen und dieser Investitionszyklus kommt eben jetzt zum Ende, so wie jeder Investitionszyklus, also insofern keine Besonderheit, aber eben heimisch gemacht. Und wir müssen feststellen, dass die Bruttoanlageinvestitionen heuer nur mehr um 2,7 Prozent wachsen werden. Gleichzeitig muss man sagen, dass sich bei der Zusammensetzung dieser Bruttoanlageinvestitionen einiges geändert hat. Und Sie sehen, dass die Ausrüstungsinvestitionen, das sind diese beigen Kasteln, tendenziell kleiner werden über die Jahre und eben jetzt abgelöst werden in ihrer Dominanz von den Wohnbauinvestitionen. Das heißt, die Dynamik der Wohnbauinvestitionen hat zugenommen gegenüber dem Vorjahr, nimmt weiter zu, heuer noch, um dann 2020 und 2021 auch etwas abzunehmen, was uns zu einem Wachstum der Bruttoanlageinvestitionen von 1,9 und 1,8 in den Folgejahren bringen wird. Wohnbau ist wirklich interessant, also in Österreich ist das derzeit der dominierende Investitionsbereich. Und wenn wir das vergleichen mit der EU, dann muss man sagen, dass der Anteil am BIP der Wohnbauinvestitionen in Österreich ist der sechsthöchste in der EU. Sowohl im Euroraum als auch in der EU liegt er leicht darunter. Bei uns liegt die Lage 2018 bei 23,9 Prozent. Also Wohnbauinvestitionen, der ganze Wohnbaubereich ist derzeit ein stark wachsender. Aber, wie ich schon vorher gezeigt habe, im kommenden Jahr, also 2020, wird das leicht abflauen. Und hier sind die ersten Anzeichen, die uns zu dieser Prognose bringen. Links, auf der linken Grafik sehen Sie die Baubewilligungen, die jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit deutlich abgestürzt sind. Also gab es 2017 noch 66 Baubewilligungen für 66.000 Wohnungen, muss man konkret sagen. Gab es 2018 noch mal 55.000 Baubewilligungen. Das ist ein Indikator, der einen Vorlauf von circa zwei Jahren hat, bis zur Fertigstellung von Wohnungen. Das heißt, hier zeichnet sich eine leichte Reduktion in diesem Sektor ab. Und bei den Fertigstellungen, die gehen noch nach wie vor nach oben. Österreichweit wurden 2017 60.200 Wohnungen fertiggestellt. 2018 waren es 66.500. Was bringt das auf dem Wohnimmobilienmarkt insgesamt? Und das bringt mich jetzt zur rechten Grafik. Es wurde viel gebaut. Die Nachfrage war allerdings entsprechend auch hoch. Und im Moment schaut es so aus, dass diese fehlenden Wohnungen, die ja auch ein wichtiger Faktor als Preistreiber aufgetreten sind. Also hatten wir 2016 noch 64.000 fehlende Wohnungen. Das ist dort, wo diese blaue Linie rechts ihren Höhepunkt findet. Gab es 2018 nur mehr 31.000 fehlende Wohnungen. Und 2020, also im kommenden Jahr, wird dieser Nachfrageüberhang weitgehend abgebaut sein. Allerdings nur in Österreich. Das ist eine Österreich-Grafik. In Wien werden wir diesen Nachfrageüberhang auch 2020 noch haben. Lassen Sie mich nun zum privaten Konsum kommen. Das ist jetzt wirklich eine gute Nachricht. Der private Konsum ist nach wie vor eine wichtige Stütze der Konjunktur. Seit 2016 ist das so. Der private Konsum stellt eine tragende Säule des BIP-Wachstums in Österreich dar. Linke Grafik, lassen Sie mich mit dem Haushaltseinkommen beginnen. Das wird heuer um 2,2 Prozent wachsen und damit ähnlich stark wachsen wie im Vorjahr 2018. Da war das Wachstum der privaten Haushaltseinkommen noch bei 2,4 Prozent gelegen. Also nur eine kleine Verringerung. Der private Konsum wird ähnlich stark wachsen wie im Vorjahr. Heuer mit 1,6 Prozent prognostiziert dieses Wachstum letztes Jahr auch bei 1,6 Prozent gelegen. Das heißt, privater Konsum eine nach wie vor tragende Säule. Woher kommt dieses starke Wachstum der real verfügbaren Haushaltseinkommen? Und das zeigt Ihnen die rechte Grafik, wo Sie 2019 ganz eindrucksvoll eine fast die gesamte Wachstumsrate dominierende blaue Säule sehen. Und das sind die Arbeitnehmerentgelte. Wobei dahinter stecken die relativ hohen Lohnsteigerungen, die wir heuer erfahren. Also die Lohnabschlüsse 2019 werden bei plus 2,9 Prozent zu liegen kommen. Das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr, wo Sie schon bei 2,6 Prozent zu liegen kamen. Das entspricht aber eben wirklich der sehr guten Konjunktur, die wir derzeit erfahren. Und Lohnabschlüsse, da gibt es immer einen gewissen Leck, weil sie basieren in der Regel auf der Produktivität und der Inflationsentwicklung des Vorjahres. Zurück noch ganz zur linken Grafik, weil da finden wir auch die Sparquote, die uns erklärt, warum der private Konsum auch in den kommenden beiden Jahren recht stark sein wird und das Wachstum in Österreich stützen wird, weil nämlich trotz ein bisschen weniger real verfügbarem Haushaltseinkommen die Österreicher entsparen ein bisschen. Also die Sparquote wird von 7,6 Prozent auf 7,2 Prozent sinken. Dort kommt der nach wie vor starke private Konsum her. Zum Arbeitsmarkt. Da gibt es eine weitere gute Nachricht. Und zwar die gute Nachricht lautet, dass Österreich, was den Arbeitsmarkt betrifft, wieder in die europäische Oberliga zurückgekehrt ist. Es gibt 2019 nur drei Euro-Raum-Länder, die eine niedrigere Arbeitslosenquote als Österreich ausweisen werden. Das sind Deutschland, Holland und Malta. Und dann kommt schon Österreich. Das war für einige Jahre nicht so, wie Sie wissen. Da sind wir ziemlich abgestürzt und haben uns nur im Mittelfeld befunden mit unserer Arbeitslosenquote. Nun sehen wir 4,7 Prozent für heuer und auch für die kommenden Jahre, was uns wieder ins Vorderfeld bringt. Die Beschäftigung, die ja hier ein wichtiger Determinante ist, ist in den letzten beiden Jahren um je 1,7 Prozent gewachsen und wird auch heuer etwas niedriger um 1,3 Prozent wachsen. Das Arbeitsangebot bleibt hoch. Das Arbeitsangebot ist jetzt die grüne Säule und die wird sich von 2018 bis 2021 relativ konstant bei einer Wachstumsrate von um die 1,1 Prozent bewegen. Abschließend noch ein paar Worte zur Inflationsrate. Unser Beitrag zur Preisstabilität. Die Inflationsrate in Österreich wird heuer 1,7 Prozent betragen, auch in den kommenden beiden Jahren bei diesen 1,7 Prozent verharren. Getrieben wird diese Inflationsrate, die höher ist als jene im Euro-Raum, vor allem von den Dienstleistungen, vom Dienstleistungssektor, wie man an diesen sehr großen gelben Anteilen an den Säulen sieht. Entspannung kommt diesbezüglich von der Energie. Energie, da sehen wir die eine oder andere Energiepreisreduktion. Das sind die orangen Balken, die den negativen Bereich zeigen. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Kerninflationsrate leicht höher sein wird als die Headline, also die HVBI, die harmonisierte Verbraucherpreisindex, Inflationsrate, sowohl heuer als auch in den kommenden beiden Jahren. Das war es von meiner Seite und damit darf ich wieder zurückgeben an unseren Pressesprecher, Herr Gutlederer. Dankeschön. Frau Dr. Ritzberger, für die Ausführungen, danke schön, Herr Gouverneur. Ich darf Sie nun einladen, Ihre Fragen an uns zu richten. Ich möchte Sie bitten, dass Sie warten, bis meine Kollegin bei Ihnen vorbeikommt mit dem Mikrofon, damit also auch die Zuseher im Internet die Fragen hören können. Bitte sehr. Wer hat die erste Frage? Frau Kischko-Kurier, Irmgard, bitte. Dankeschön. Herr Gouverneur, Sie haben angesprochen, Sie hätten gern Teile der Steuerreform noch erledigt, bevor dann wieder ganz eine neue Regierung kommt. Warum gerade diese Teile? Es gibt ja auch andere wie Kürstsenkung oder so. Warum, ja, Sie haben gesagt, die niedrigen Einkommen. Zunächst einmal, es ist richtig, ich glaube, die Steuerreform, die ja konzipiert war, bevor diese Regierung auseinandergegangen ist, hat sozusagen verschiedene Stufen, die war ja von vornherein in Stufen angelegt. Und ich denke, dass es vernünftig ist oder naheliegend ist, mit diesem Stufenprogramm quasi dabei zu bleiben. Das heißt quasi mit den ersten Stufen zu beginnen, weil natürlich im weiteren Verlauf sicherlich dann auch die politischen Überlegungen einer neuen Regierung zu berücksichtigen sind. Aber ich glaube, dass über diesen ersten Stufen breiter Konsens wahrscheinlich besteht, sodass ich mir davon ausgehe, dass hier Mehrheiten im Parlament möglich sein sollten. Wir haben als Notenbank ja diese Steuerreform begrüßt, weil sie konjunkturell richtig ist, gleichzeitig aber in einem Ausmaß, das nicht die Stabilitätsentwicklung beeinflusst. Und ich glaube daher, dass es in gesamtwirtschaftlicher Perspektive sinnvoll wäre, quasi diese erste Stufe zu zünden. Und das sind auch Größenordnungen, die doch groß genug sind, um auch konjunkturell eine Stabilisierung zu haben. Dankeschön. Frau Graf, bitte. Salzburger Nachrichten. Wie sicher ist angesichts der vielen Unsicherheiten, die Sie angesprochen haben, diese Prognose? Was passiert, wenn die Steuerreform nicht kommt? Was passiert, wenn der Handelsstreit eskaliert? Was passiert, wenn Italien die Weiterentwicklung so weitergeht, wie sie sich jetzt abzeichnet? Ja, das ist leider eine sehr gute Frage, weil in der Tat, und ich habe das auch am Anfang gesagt, wir sind jetzt in einer Situation, wo es besonders viele Unsicherheiten gibt. Primär sind das Unsicherheiten, die sich aus der internationalen Verflechtung ergeben. Und zwar gilt das sowohl für den Euroraum insgesamt wie für Europa. Wir wissen nicht, wie die weltwirtschaftliche Entwicklung, also quasi den Handelskrieg, in dem wir jetzt schon stehen, wie sich das weiterentwickelt, ob es doch noch zu vernünftigen Lösungen kommt oder ob es zu weiterer Eskalation kommt. Sie haben die Zahlen gesehen, das ist schon ein beachtlicher Einbruch, der hier besteht. Wir haben auf der europäischen Ebene, das wird ja langsam schon irgendwo fast selbstverständlich angenommen, die ganze Problematik mit Brexit, die natürlich auch ein realwirtschaftliches Risiko darstellt, wo man auch nicht weiß, welche auch psychologische Folgen das für den weiteren Bereich haben kann. Das heißt, ja, es gibt leider eine Fülle von Unsicherheiten und in der Sprache der EZB ist das als abwärtsgerichtete Risken zu sehen. Also wir haben eine Reihe von abwärtsgerichteten Risken, auf die wir auch hinweisen müssen. Das ist, wenn man will, eine Prognose, die davon ausgeht, dass es, also jetzt nicht blinder Optimismus, aber doch vergleichsweise relativ optimistisch für die europäische Ebene. Und Sie haben ja vor allem auch gesehen, die relativ positive Entwicklung, die wir für Deutschland, für die deutsche Ökonomie erwarten. Ich glaube, da gibt es auch schon Hinweise, die Zahlen, die wir jetzt haben. Aber wie gesagt, gerade Deutschland als eine so stark exportorientierte Wirtschaft ist natürlich von der internationalen Entwicklung sehr abhängig. Wir haben bis jetzt von diesem Einbruch in Deutschland relativ geringe Effekte auf Österreich gesehen, auch geringe Effekte auf Zentral- und Osteuropa, die natürlich auch in engen Lieferbeziehungen zu Deutschland stehen. Das heißt, wenn es ein kurzer Abschwung ist, ist das quasi zu übertauchen. Wenn es ein längerer Abschwung ist, dann ist es schon zu erwarten, dass es auch Effekte für die Nachbarländer Deutschlands haben wird. Dankeschön. Herr Ebert, bitte. Kronenzelt. Daran anschließend gleich die Frage, Sie haben eingangs sozusagen in den Raum gestellt, ist Deutschlands Schwäche, ist das jetzt strukturell sozusagen, ist sozusagen das bisherige Modell am Ende gekommen, oder ist das halt eine kleine Delle, also aus Ihren letzten Worten entnehme ich, dass Sie eher damit rechnen, das ist eine temporäre Schwäche und nicht ein grundlegendes Problem, das sich dort abzeichnet. Das ist eine große Diskussion. Also wie gesagt, wir selber in der Prognose gehen von einer quasi mild optimistischen Variante heraus. Aber es ist gar kein Zweifel, dass das ganz, wenn man will, traditionelle Wirtschaftsmodell Deutschlands in dieser Form nur mehr sehr schwer fortsetzbar ist, nämlich auf massiven Leistungsbilanzüberschüssen aufzubauen. Deutschland hat ja Leistungsbilanzüberschüsse von sieben bis acht Prozent in den letzten Jahren gehabt. Das ist zu einerseits ein Zeichen der großen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, aber eben andererseits auch ein Zeichen, dass es sehr stark abhängig ist von der Entwicklung eben der Abnehmerländer, seiner Exporte. Und diese Abhängigkeit zu verringern, ist ja auch eine Zielsetzung der deutschen Wirtschaftspolitik. Das heißt ganz konkret eine Stärkung des Binnenkonsums, sei es jetzt in Bezug auf private Haushalte, etwa durch Form einer Steuersenkung, sei es in Bezug auf öffentliche Haushalte, indem ich eben Infrastrukturprogramme entwickle, damit auch vielleicht die langfristigen Wachstumschancen verbessere, indem ich eben mehr investiere in Forschung und Entwicklung, mehr investiere in funktionierende Infrastruktur. Also ich glaube schon, die deutsche Diskussion geht sehr stark in diese Richtung, dass man natürlich die Stärken erhalten will, aber gleichzeitig sieht, dass man hier doch gewisse Strukturveränderungen braucht. Das wird auch für Österreich von Bedeutung sein. Wir sind ja vergleichsweise nicht so exportabhängig. Wir haben das gesehen, ein Leistungsbilanzüberschuss, aber der in der Höhe zwei bis drei Prozent längerfristig sich bewegt. Das ist im Prinzip eine gesunde Relation, aber klarerweise ist die langfristige Voraussetzung, dass man auf der einen Seite wirtschaftsnahe und wirtschaftsrelevante Forschung fördert, ein wichtiger Punkt, dass die Infrastruktur bestens funktioniert und dass man, wenn man es sich leisten kann, und in einem gewissen Maß kann man es sich auch leisten, auch den privaten Konsum steigert. Dankeschön. Frau Philitz bitte, ORF. Herr Gouverneur Nowotny, ich habe eine Frage zur Reform der Bankenaufsicht, die ja jetzt abgesagt wurde. Wie soll es da aus Ihrer Ansicht aus weitergehen? Soll die abgesagt bleiben? Soll sie anders kommen? Was würden Sie da sich wünschen? Also richtig ist, dass zunächst einmal wir davon ausgehen, dass eben in der jetzigen Regierungskonstellation die geplante Bankenaufsichtsänderung nicht zum Tragen kommt. Das heißt aber nicht, dass es auf alle Zeiten quasi abgesagt ist. Und wir sehen das als Notenbank als eine Chance und auch als eine Herausforderung, eben von unserer Seite her hier noch entsprechende Modelle darzustellen. Es hat ja auch für die geplante Aufsicht eine Reihe von Stellungnahmen gegeben, zum Teil durchaus sehr kritische Stellungnahmen, etwa von Seiten des Rechnungshofes, auch von Seiten des Internationalen Währungsfonds. Die Perspektive, die ich sehe, ist, dass man sich auf die Stärken besinnt, die wir international haben, nämlich ein quasi Vier-Augen-Prinzip, so wie es in Deutschland ist. So wie in Deutschland gibt es ja so zwei Bereiche, nämlich die Bundesbank und die Bafin, also quasi die deutsche Finanzmachtaufsicht, die das in einer Art Vier-Augen-Prinzip machen. Ich halte das für sinnvoll. Ich glaube, gerade für so einen sensiblen Bereich wie Bankaufsicht ist so eine quasi gegenseitige Kontrolle und auch gegenseitige Unterstützung sehr sinnvoll. Das geht umso mehr natürlich auch in Bezug auf die FMA selber. Ich glaube, die Idee, hier nur einen einer Vorstand zu haben, ist eine Idee gewesen, die allgemein politisch kritisiert wurde und die auch sehr gefährlich erscheint. Also ich glaube, das sollte nicht heißen, dass man sich jetzt einer Reformdiskussion entzieht, aber dass man aus der bisherigen Diskussion doch Schlüsse zieht und dann zu einem, glaube ich, langfristig akzeptierten und funktionierenden Modell kommt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Bankenaufsicht soll quasi geteilt werden zwischen der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht? Ja, das haben wir ja derzeit auch im Prinzip, wo eben die Notenbank die sogenannte Vor-Ort-Prüfung hat, das heißt, dass sie unmittelbar bei den Banken ist und die FMA die rechtliche Seite. Und das entspricht auch ungefähr dem deutschen Modell. Ich glaube, das ist auch eine vernünftige Teilung. Da kann man natürlich jetzt gewisse Doppelgleisigkeiten noch immer verbessern, aber ich glaube, das Modell als solches hat sich bewährt und jede Alternative, das bei einer Seite zu konzentrieren, bringt nur wieder zusätzliche Schnittstellen, speziell wenn ich das bei der FMA konzentriere, wo ja die Haupttätigkeit der Bankaufsicht in der ÖNP gemacht wird und diese Haupttätigkeit zu verlagern in eine Organisation, wo ein viel kleinerer Bereich ist, also bei uns etwa 200 Leute und dort vielleicht 60 Leute, ist auf jeden Fall eine administrativ sehr teure und, glaube ich, nicht sehr effiziente Variante. Also ich denke, man kann hier Modelle sich international orientieren und ich glaube, Österreich sollte hier keinen, sozusagen vielleicht auch politisch bedingten Sonderweg gehen, sondern sich an der Best Practice orientieren. Dankeschön. Herr Svetli, bitte. Einige Fragen, aber ich möchte in erster Linie auf Ihre Empfehlung an die jetzige Bundesregierung bezüglich der Umsetzung der ersten Stufen der Steuerreform. Also ich weiß die Stufenregelung, aber ich weiß im Moment nicht, und das ist meine Frage, welchen Umfang würde das haben? Weil es geht ja, wenn ich mich recht erinnere, darum, und ich nehme an, das haben Sie sozusagen zwischen den Zeilen auch gemeint, die Unterstützung des Inlandskonsums, der die Konjunktur aufrecht erhält, das ist ja, glaube ich, der wesentliche Anker Ihrer Empfehlung. Also mich interessiert, welches Volumen würde das bedeuten? Und zweitens, hat diese Regierung das Power, diese Dinge zu tun? Oder braucht sie politische Anweisungen dazu? Also es ist so, dass wir haben diese Volumina, aber du kannst sie dann vielleicht übersetzen in absolute Zahlen. Die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 Prozent auf 20 Prozent, das würde ja dann im Jahr 2021 erfolgen, ist etwa 0,3 Prozent des BIP. 0,3 Prozent des BIP. Also das ist schon eine Größenordnung, mit der man gesamtwirtschaftlich etwas anfangen kann. Und die Frage bei der Krankenversicherungsbeiträge, also Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Niedrigverdiener, das ist in einer Höhe von minus 0,2 Prozent des BIP. Also insgesamt sind das dann schon Größenordnungen, die zu einem gewissen positiven Impuls geben. Und die umgekehrt aber auch, das ist schon auch immer wichtig, die umgekehrt die Stabilität des Budgets nicht gefährden. Weil ich möchte mich auch in dem Sinn anschließen, durchaus einer Empfehlung des Fiskalrates, was nicht geschehen darf, ist, dass jetzt quasi im freien Spiel der Kräfte willkürlich Geschenkpakete ausgeteilt werden. Also ich glaube, man sollte hier wirklich in fiskalischer Disziplin sein, aber das muss nicht heißen umgekehrt jetzt, dass ich gar nichts machen darf. Es war gestern die Rede, dass von der EU-Kommission her gesehen, der Budgetpfad Österreichs zwar positiv verläuft, so wie Sie es gesagt haben, dass es aber Sorge um die Nachhaltigkeit, also um die längerfristige Entwicklung geht. Teilen Sie dieses Bedenken oder kommt das nur von der EU-Kommission? Gestern war darüber berichtet worden. Und die zweite Frage, ich verstehe, dass diese Pressekonferenz über die IWF-Prüfung Österreichs verschoben wurde, angesichts der politischen Umstände. Aber IWF ist ja nicht ganz unbeträchtlich für uns. Wird das fortgesetzt, wenn eine neue Regierung im Amt ist? Oder läuft diese Prüfung weiter? Wurde sozusagen nur das Ergebnis verschoben auf die nächste Regierung? Oder was ist mit dem IWF-Prüfungszyklus? Also zunächst einmal, was die Budget-Sicht der EU-Kommission betrifft, gelten wir derzeit eigentlich als Musterknabe. Also nämlich, es geht hier nicht nur um das Budget insgesamt, sondern es geht um die Strukturkomponente beim Budget, wo wir ja einen Strukturüberschuss haben, während quasi das normal langfristig bei Null sein sollte. Das heißt, es ist eben nicht nur, und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, nicht nur Konjunktur, sondern es ist eben auch Strukturverbesserungen, die natürlich in den vielen Jahren vorher schon angelegt wurden und sich daher, glaube ich, sehr positiv gezeigt haben. Also ich glaube, natürlich immer ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt. Das heißt in dem Sinn, dass man eben nicht willkürlich Geschenke dann verteilt, aber an der Nachhaltigkeit des österreichischen Budgets wird derzeit nicht gezweifelt. Was den IMF betrifft, wir hatten eine sogenannte Artikel 4 Prüfung durch den IMF, die jetzt quasi unterbrochen wurde, weil man eben die neue Regierungsentwicklung abwarten will. Es hat allerdings vom IMF eine Stellungnahme gegeben. Also es hat keine Pressekonferenz gegeben, aber es hat eine schriftliche Stellungnahme des vom IMF gegeben, die auch veröffentlicht wurde. Diese Stellungnahme sieht die österreichische Wirtschaftsentwicklung im Prinzip in positivem Licht, verweist auf bestimmte Bereiche, die besonders förderungswürdig sind, vor allem eben die Frage Forschung und Entwicklung, wo wir ja einen Aufholprozess haben, der aber weiterhin gegeben sein soll und hat dann, das ist für uns als Notenbank natürlich auch nicht uninteressant gewesen, schon darauf hingewiesen, dass etwa bei einer Reform einer Bankenaufsicht die Unabhängigkeit der Notenbank absolut gesichert werden soll und dass man hier sozusagen nach internationalen Vorbildern vorgehen soll. Dankeschön. Herr Gründerl, bitte. Herr Blumberg, Boris. Herr Gouverneur, Sie haben erwähnt, dass die langfristigen Inflationserwartungen des Marktes immer noch sehr niedrig sind und ich wollte fragen, bedeutet das, dass die EZB sozusagen die Kontrolle über diese Inflationserwartungen des Marktes verloren hat oder können Sie mehr tun, um diese Inflationserwartungen anzuregen, weitere Zinskürzungen oder weitere QI? Wir gehen davon aus, dass wir nach wie vor sozusagen die Zinserwartungen bestimmen können oder sozusagen die Rolle der Notenbank hier intakt ist, aber man muss natürlich realistisch sehen, die Frage der Notenbank-Einflüsse ist eine Frage, gesamtwirtschaftliche langfristige Entwicklungen sind ein zweiter Bereich und der ist nicht ganz unabhängig zu sehen und das, was wir aus der tatsächlichen Verzinsung langfristiger Anleihen sehen, aber natürlich auch, was wir sehen zum Beispiel aus indexierten Anleihen, was wir sehen aus Zinserwartungen, Inflationserwartungen, die sich auf den Märkten bilden, ist in der Tat so, dass hier längerfristig mit vergleichsweise niedrigen Zinsen, das heißt zumindest Inflationsraten unterhalb der 2% gesehen wird und auch die Prognose der EZB von gestern hat ja auch für das Jahr 2021 noch eine Inflationsrate gezeigt, die unterhalb der 2% oder knapp bei 2% liegt. muss man immer dazu sagen, dass wir das als EZB ja immer betonen, diese Definition von Preisstabilität bei aber nicht über 2% ist über die mittlere Sicht angelegt. Natürlich ist die Frage, was ist jetzt die mittlere Sicht, inzwischen ist es schon eine lange Zeit, dass wir eben hier unter diesem knapp bei 2% liegen. Es gibt eine Reihe von Notenbanken, die ja inzwischen auch aus dieser Konstellation heraus längerfristig Überlegungen anstellen, also im Sinne von strategischen Reviews, strategischen Strukturdiskussionen, die FED, sehr bekannt, Kanada und so weiter und dort ist auch die Frage von Inflationszielen, der Definition von Inflationszielen ein Thema, etwa zum Beispiel, dass ich zwar bei den 2% bleibe, aber ein Range, also einen habe, das heißt, etwa wie die tschechische Notenbank, die hat einen Inflationsziel von 2% plus, minus 1% Punkte oder die israelische Notenbank, also eine Reihe von Notenbanken. Das heißt, das ist schon, glaube ich, ein Aspekt, um auch Glaubwürdigkeit zu verstärken, indem man quasi realistisch auf die Möglichkeiten der Zinsentwicklung eingeht oder die Inflationsentwicklung eingeht. Bitte noch einmal. Noch eine zweite Frage, das ist schon angesprochen worden bezüglich der Reaktion des IWF auf die Aufsichtsreform. Es gab auch zuletzt von Sanit & Pus zum Beispiel Anmerkungen, wo gesagt wurde, es gibt in Österreich jetzt neuerdings eine Tendenz zu unorthodoxen Maßnahmen in der Politik und zu nicht mehr einem konsensorientierten Modell, wie das früher der Fall war. Sehen Sie das auch als ein Risiko oder wie sehen Sie das Risiko, dass hier Institutionen oder die Unabhängigkeit von Institutionen beschädigt wird oder eben ein anderes Politikmodell, das vielleicht weniger konsensual ist, Einzug hält? Also ich, wie gesagt, ich möchte mich hier halten in den Rahmen dessen, was ich als Notenbankchef hier sagen kann. Sicherlich gibt es gewisse Aspekte, die das als Indikator gesehen werden können. Wobei wir das nur feststellen können, wir können es nicht beurteilen, aber konkret etwa in der Notenbank ist es so, dass wir ja im Generalrat der Notenbank, also quasi unserem Aufsichtsrat, traditionell immer eine gewisse sozialpartnerschaftliche Struktur hatten. Jetzt haben wir eine Situation, wo ein Sozialpartner, nämlich die Arbeitnehmerseite, überhaupt nicht mehr vertreten ist im Generalrat der Notenbank. Es ist auch eine Diskussion gewesen, dass es sicherlich etwas ungewöhnlich ist, im Rahmen dieser Aufsichtsreform jemanden abzuberufen aus der Geschäftsführung, der einen längerfristigen Vertrag hat und den man quasi dann per Gesetz annulliert. Und auch da hat es eine Diskussion gegeben, das war gerade auch der von der ÖNB entsandte Mitglied der Geschäftsführung, dass das vielleicht auch gewisse politische Gründe haben könnte. Also, ja, es gibt gewisse Indizien. Wir, oder ich persönlich, glaube, dass es sinnvoll ist, gerade in Fragen der Notenbankpolitik, der Geldpolitik, wo es um langfristige Entwicklungen geht, eher immer auf größere Konsenslösungen anzustreben. Aber letztlich ist es eine Sache, die die Politik selber zu entscheiden hat. Dankeschön. Ich sehe nun keine Wortmeldungen mehr, dann darf ich diese Pressekonferenz beschließen. Ich darf Ihnen danken für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.